Der Oktober ist der europäische Aktionsmonat für IT-Sicherheit und in den nächsten Tagen, also ab dem ersten Oktober wird es jede Menge verschiedene Aktionen geben in ganz Europa zum Thema IT-Sicherheit, um das Thema IT-Sicherheit stärker in die Breite zu tragen und damit auch noch sichtbarer zu machen, als es im Moment schon ist. An der TU Darmstadt beteiligen wir uns daran und wir werden vom Profilbereich für IT-Sicherheit, SISEC und mit dem Gründungsinkubator-Startup Secure Athene viele verschiedene digitale Formate präsentieren. Unter dem Motto Startups & Stories hoffen wir auf viele verschiedene Gründungsgeschichten und auch persönliche Eindrücke. Mein Name ist Helena Dröge, ich bin die Geschäftsführerin vom Profilbereich für IT-Sicherheit und ich habe heute die Freude den ersten Talk am Mittwoch zu moderieren mit Peter Buxmann. Ich erzähle mal ein bisschen was über dich, so eine subjektive Auswahl. Du bist Professor für Wirtschaftsinformatik in der TU Darmstadt, du bist langjähriger ehemaliger Leiter des Gründungszentrums HAYES in der TU Darmstadt, du bist Gründer selber, was ich in dem Kontext super spannend finde und du bist natürlich auch Speaker und Autor verschiedener Bücher. Ich starte gleich mal mit der ersten Frage unter dem Motto Startups & Stories. Du als Gründer, hast du verschiedene Gründungsgeschichten zu erzählen? Spannend. Ja, ich denke tatsächlich eine ganze Menge, wenn ich ja mal eine Auswahl treffen sollte. Ich fange mal an mit den vielen Projekten, die ich im Bereich von HAYES, unserem Innovations- und Gründungszentrum, begleitet habe. Startup Secure, eben spezialisiert auf Cyber Security und Privacy und auch so in unserer Lehrveranstaltung Creating Web Startup, was wir zusammen mit ITC Herz-Wia, das ist eine Hochschule in Israel, zusammen machen. Und da kann ich immer wieder nur sagen, es ist wahnsinnig interessant und spannend, mit den jungen Gründerinnen und Gründern zusammenzuarbeiten, gemeinsam auch an den Geschäftsmodellen zu fallen. Wir hier an der TU haben natürlich einen ordentlichen Technik-Fokus. Und manchmal bestätigt es sich so auch das, was man vorher auch schon gedacht hat, wahnsinnig innovativ. Aber wenn es dann an so Dinge geht wie Kundenorientierung, wen adressiere ich denn, wie sieht mein Preismodell aus? Marketing-Konzepte. Marketing-Konzepte. Es macht wahnsinnig Spaß, da zu helfen. Und ich denke auch, da haben wir in den letzten Jahren wirklich viel vorangebracht. Manchmal muss man sich aber auch selbst an die eigene Nase greifen, wenn man an die eigenen Gründungen denkt, was man dafür Fehler gemacht hat. Also ich selbst habe zweimal gegründet, du hast es ja angesprochen. Einmal war es ganz erfolgreich, da konnten wir das Unternehmen dann an den finnischen Investor verkaufen, wo man auch wahnsinnig viel lernt. Und das andere, das war so ein Beispiel dafür, wie es daneben gehen kann. Und dann kann man sich natürlich als Professor hinstellen und dem Gründer sagen, denkt an das Geschäftsmodell, was wir damals gemacht haben und richtig auf die Nase gefallen sind. Das war der Aufbau einer Musikplattform. Und zwar einer Musikplattform für Indie-Music und für unbekannte Künstlerinnen und Künstler. Ja, genau. Es sollte cool sein. Es war auch cool. Und die Musiker, die Bands haben tatsächlich auch ihre Stücke abgeloadet auf diese Plattform, weil sie selbst nicht so eine Vertriebspower hatten. Und jetzt kam eigentlich der Clou an unserer Geschäfts-Ib. Wir wollten nicht 79 Cent oder 99 Cent pro Downout nehmen. Wir haben gesagt, lasst uns mal ein freiwilliges Preismodell machen. Also jeder, der sich was runterlädt, kann einen beliebigen Betrag an diesen Band, an diese Künstlerinnen und Künstlerinnen praktisch spenden. Und ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass sowas für, keine Ahnung, Springs, die in Madonna und die ganzen Superstars funktioniert. Aber ich dachte, wenn es weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler sind, dass man da doch eher so das Herz praktisch hat und nicht sagt, okay, ich hole mir das jetzt, lad mir das jetzt runter und dann bin ich weg sozusagen. Wir hatten wirklich eine signifikante Anzahl von Downloads und kein Mensch hat bezahlt. Also das war auch insofern eine ganz spannende Erfahrung. Es gibt ja, das gibt es ja häufiger, auch so ein Berliner Restaurant gibt es ja. Genau, das ist die Winery, glaube ich. Das weiß ich jetzt gar nicht, aber es gibt es genau in Berlin und da soll das angeblich funktionieren. Ich war schon da. Aber die Sache hat natürlich einen großen Unterschied, wenn du da sozusagen diesen Mitläufer-Effekt machst, also so nach dem Motto, du isst und zahlst nicht, dann musst du am Kellner oder der Kellnerin vorbei. Das ist natürlich mega peinlich. Und so ein persönliches Thema auch dann, man wird so sichtbar. Das ist mega peinlich und du wirst sichtbar, während wenn du dann so einen Download entsprechend machst, dann kannst du das anonym belassen und bis weg. Das war so ein Beispiel, mal ein Negativbeispiel aus dem eigenen Leben, wo wir gedacht haben, es funktioniert, wir es aber nie so richtig ausprobiert haben und das bis zum Ende durchgedacht haben. Okay, vielen Dank für die Geschichte, Peter. Du forschst schon viele, viele Jahre zum Thema Datenökonomie und Privatheit. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was dich immer noch daran fasziniert? Ich denke, dass das Thema Datenökonomie, ich übersetze es mal, was sind Daten eigentlich wert und was kann man mit Daten eigentlich machen, eigentlich das zentrale Thema der digitalen Transformation wird. Deswegen fasziniert mich das, das mit der Relevanz für die Wirtschaft, für die Gesellschaft. Und ich nenne dir einfach mal ein paar Beispiele. Also nimm mal den ganzen Bereich Medizin. Wenn ich Daten habe von Patienten, über Patienten, wenn ich vielleicht deren Krankengeschichte kenne und die Informationen, da kann ich natürlich wahnsinnig gute Schlüsse draus ziehen, wie wirksam ein Medikament beispielsweise ist, wie erfolgreich verschiedene Operationsmethoden sind und so weiter. Also ein wahnsinniger Wert und die Beispiele lassen sich wirklich beliebig fortsetzen. Du kannst mit Open Data Projekten, kannst du Verkehrsinfrastrukturen planen, Fahrradwege planen. Du kannst Sportler messen beim Training und beim Wettkampf und daraus Schlüsse ziehen. Also ein irrer hoher Wert, den die Daten haben. Nicht nur wirtschaftlich, auch für die Gesellschaft, nimmst du Medizin beispielsweise. Aber wir haben natürlich auf der anderen Seite das Thema Privatsphäre. Und kein Bereich ist so Privatsphäre-sensitiv wie der medizinische Bereich. Und dass wir da aufpassen müssen, ist ziemlich klar. Aber es ist auch nicht ganz so trivial. Ich war zum Beispiel neulich, habe ich gesprochen, mit dem Chefarzt einer Uniklinik in Hessen. Hatten wir eigentlich so gesprochen über das Thema Datenanalysen, künstliche Intelligenz. Was kann die KI helfen bei der Diagnose von Krankheiten? Und dann hatte ich nochmal das Thema Privatsphäre angesprochen. Und dann dachte ich so sinngemäß, ja jetzt kommt natürlich das, was wir alle denken. Und dann dachte ich so, ja Privatsphäre ist natürlich das Wichtigste überhaupt oder mit das Wichtigste. Das ist ja auszubalancieren, diese Welt von Daten und die Privatsphäre. Aber er sagte, Herr Buchsmann, ja und nein. Dann bin ich natürlich hellhörig geworden. Also warum sagt er jetzt nein? Und dann hat er gesagt, naja, er hätte eben eine ganze Menge von schwer kranken Patientinnen und Patienten. Und was machen die? Die stellen ihre Laborberichte, ihre Befunde und alles das, was sie haben, stellen sie ins Netz. Ja. In der Hoffnung auf letzte Hilfe. Und wörtlich sagte er, das sind die Menschen, die sich das Thema Privatsphäre nicht mehr leisten können. Und dann sind wir zu solchen Themen gekommen, wie beispielsweise Datenspenden. Also wenn Menschen ihre Daten spenden würden, ähnlich wie wir Blut spenden, für die medizinische Forschung, dann könnte das natürlich auch wahnsinnig wertvoll sein. Absolut. Und was wir im Rahmen von einem größeren Forschungsprojekt hier mit CISEC-Wissenschaftlern, mit Athene-Wissenschaftlern machen, ist vor diesem Hintergrund auch die Entwicklung von solchen sogenannten Privacy-Enhancing-Technologies, die eben dabei helfen sollen, dass wir diese Daten nutzen können, also den Wert aus den Daten rausholen können, aber gleichzeitig diese Privatsphäre-Verletzungen verhindern, indem die Daten so pseudonymisiert anwesigt werden, dass man sie eben für diese Zwecke nutzen kann. Das ist, denke ich, eine wahnsinnig spannende Fragestellung für Wirtschaft und die Gesellschaft. Und der Trade-off, den du beschreibst, also der Wert der Daten steigt, der Wert der Privatheit sinkt, würdest du in bestimmten Zusammenhängen, würdest du den auch jetzt aktuell auf die Corona-App beziehen können? Also kann man das darauf runterbrechen? Ja, also zunächst mal, es muss ja nicht sein, dass es dann Privatsphäre runtergibt, deswegen, wenn er diese Privacy-Enhancing-Technologies entwickelt, dass wir das möglichst optimal ausbalancieren. Die Frage mit der Privacy, mit der Corona-App ist gut. Und ich würde sagen, du kannst diesen Trade-off, was den Daten wert und Privatsphäre, auch daran ganz, ganz gut erklären. Wir hatten ja in Deutschland, also erstmal ging es sehr, sehr schleppend los mit der Corona-App. Dann wurde ein zentraler Ansatz verfolgt. Dann gab es einen riesengroßen Aufschrei wegen potenziellen Privatsphäre-Verletzungen und Datenschutz. Der Hamburger Chaos Computer Club war ganz vorne dabei. Und dann haben alle sehr schnell gesagt, okay, nee, das geht überhaupt nicht. Wir müssen zu einem dezentralen Modell. Was jetzt die SAP und die Telekom entwickelt haben. Und ich muss sagen, ich bin ganz angetan, wie schnell die das dann hinbekommen haben, trotz aller Mängel. Was nicht diskutiert worden ist, es wurde nur das Thema Privacy diskutiert, was nicht diskutiert worden ist, ist der Wert der Daten. Also jetzt hast du in der dezentralen App, wenn wir jetzt beispielsweise einen Kaffee trinken würden danach, hätten beide die Corona-Apps auf unserem Smartphone installiert, was wir beide wahrscheinlich haben, dann würde die Corona-App, wenn einer von uns beiden positiv getestet würde und wir das angeben würden, würden wir dann eine Mitteilung bekommen, hey, Elena oder Peter, du warst übrigens mit jemandem zusammen, der positiv getestet worden ist. Das ist im Grunde genommen der Nutzen der App. Was uns durch die Lappen geht, durch den dezentralen Ansatz, ist, dass wenn die Kellnerin infiziert ist, die uns das Besteck hingelegt hat, wenn rund um uns herum eine Gruppe von 100 Menschen saß, wo sehr viele infiziert waren, kriegen wir keine Mitteilung. Das deckt diese dezentrale App nicht ab. Und ich sage nicht, dass das falsch ist, was gemacht worden ist. Ich will nur sagen, dass wir auch da diesen Trade-off haben, was sind Daten wert. In dem Fall bemisst sich der Wert darin, dass wir die Pandemie gut bekämpfen können. Und auf der anderen Seite das Thema Privatsphäre. Es wurde nur über das Thema dezentral- und privatsphärefreundlich diskutiert. Und ich lasse mich noch einen Gedanken dazu äußern. Ich weiß nicht, ob der stimmt, aber der geht mir so durch den Kopf. Wenn so eine App eine bestimmte Funktion hat, dann haben wir im Moment so ein Reflex, dass alle sagen, oh, Privacy, Datenschutz, Hilfe. Wir gehen aber in die Restaurants, tragen ein, beispielsweise, das ist nicht der Fall, aber Elena und Peter gehen essen, waren da von 20 bis 22 Uhr. Hier sind unsere Handynummern, hier sind unsere Mailadressen. Und neulich habe ich in unserer Speisekarte acht bis neun ausgefüllte Zettel gefunden. Der Aufschrei wegen Datenschutz ist im Bereich Digitalisierung extrem hoch, während wir an anderen Stellen sehr schnell bereit sind, Dinge zu akzeptieren. Sehr freigebig sind wir in unseren Daten. Und es wird ja auch noch mal komplizierter, wenn wir jetzt, also im Moment reden wir von online, von digitalen Angeboten, in dem Moment, wo KI ins Spiel kommt, wird es ja noch mal komplizierter, aus meiner Sicht. Du forschst schon sehr lange jetzt auch zum Thema KI und Privatheit. Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen? Ja, ja, also das ist ganz, ganz genau. Also das Thema hast du in einer ähnlichen Form, mit dem Wert von Daten und der Privacy, hast du in ähnlicher Form bei KI-Anwendungen. Da hast du das ganze Thema Daten, wenn du eine Machine Learning-Anwendung trainierst, beispielsweise mit Kundendaten oder medizinischen Daten. Da gilt auch so tendenziell, je besser die Daten sind, je mehr du hast, je qualitativ hochwertiger, je diverser die Daten sind, umso größer ist der Wert für die KI-Anwendung. Auf der anderen Seite hast du das Thema Privatsphäre. Also wir wissen beispielsweise, dass es dort in diesen neuronalen Netzen ein Gedächtnis geben kann, dass Trainingsdaten, die dann zwar gelöscht werden, dass da dennoch Fragmente davon vorhanden sind und KIs auch ziemlich gut darin, Daten miteinander zu verknüpfen. Was gut sein kann, so nach dem Motto, du bist operiert worden, es gibt verschiedene OP-Verfahren. Wenn man dann wüsste, wie du dich gesundheitlich entwickelt hast über die vielen Jahre, könnte das wahnsinnig gut helfen, diese Verfahren zu bewerten und die besten auszuselektieren. Aber jetzt kommt natürlich das riesengroße Privacy-Thema und das Schreckgespenst für mich, George Orwell ist grüßen, ist natürlich das, was gerade sich in China abspielt. Dieses Credit-Score-System, was wir haben, wo jeder Mensch so einen Punktewert bekommt, ob er sich gut verhalten hat, ob er die Regierung gelobt hat, nach welchen Begriffen er in sozialen Netzwerken gesucht hat, wie er sich sonst verhalten hat, dann Punkte zu vergeben. Und das geht ja so weit, dass die Kinder in den Schulmenschen gescannt werden. Was essen sie denn? Oder im Unterricht, wie aufmerksam sind sie? Das sind natürlich alles echte Schreckgespenste für uns und da wollen wir natürlich absolut nicht hin. Das ist ein Riesenthema und es ist auch gleichzeitig ein Riesenforschungsthema. Und das bleibt an der TU Darmstadt ja auch und ist ja ein großer Forschungsbereich. Und wir werden sehen, wie wir da mit der IT-Sicherheit und der künstlichen Intelligenz zusammen Lösungen finden können. Die Themen hängen ja auch sehr eng zusammen. Du kannst eben mit Hilfe von Machine Learning Methoden auch für Sicherheit entsprechend sorgen. Und in beiden Bereichen sind wir glücklicherweise in der glücklichen Lage, dass wir sehr, sehr stark sind. Wir haben den Profilbereich CISEC hier. Wir haben gerade im Bereich Künstliche Intelligenz ein KI-Zentrum für Hessen nach Darmstadt geholt, was zeigt, dass wir in diesen Bereichen wirklich exzellent sind. Und hier in diesem Rahmen zu arbeiten mit den Kolleginnen und Kollegen, das macht wirklich mega Spaß. Absolut. Und vielleicht schaffen wir es auch hier in Darmstadt zum Thema KI und IT-Sicherheit einen eigenen Leuchtturm aufzubauen. Das wäre schon wirklich schön. Vielen Dank, Peter, für die Erfahrungen und dein Wissen, deine Expertise, die du mit mir, mit uns geteilt hast. Und ich denke, es gibt viele Fragen. Ich habe noch viele Fragen. Also wenn Sie Fragen haben, gerne posten. Wir versuchen, das zu beantworten. Wir haben jetzt, also das war unser erster Mittwoch, Talk am Mittwoch. Der nächste, den möchte ich noch gerne ankündigen, der wird sein mit, moderiert von Ute Richter, vom Digital Hub Cyber Security. Und sie hat den CEO der HEAG aus Darmstadt im Gespräch, den Professor Klaus-Michael Arendt. Herzlichen Dank und bis bald. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.